Willkommen zu einem Halt die Fresse Willkommen zu einem Unboxing Special von 54 Crates Ach du Scheiße, warum tue ich das? Bist du bereit Skal? Ja klar Auf die Plätze Fertig Und hier kommt die erste Kiste Naja, so schlecht ist es gar nicht Halt nicht angewischt, aber schon mal ein Hut Ist ein Anfang Wir sind ja gerade noch am Anfang Ich glaube den sehen wir noch oft Naja Naja Obwohl, naja ist ein Stückebomber Ja, kriegt man auf jeden Fall weg Was von den 10% akzeptablen Sachen die du bekommen kannst Frag mir nicht die Statistiken Ok gut, ich erzähle dir nichts von den 80... Na egal 80% circa Ja 88% aber hey Du wirst Ich will wieder... I will fallen, ne? Glückwunsch Dominierung geht eigentlich auch noch Fertig Warte klar Mach dir jemand bleiben Oh mein Gott Mein Herz Mein Herzbombertschkal Hm Was? Oh, Berliner Kör Wie kann das nicht angewischt sein? Mit Herzen Das wäre so cool Du kriegst auch Ansprüche Ja Unusual Killacabudo mit Eissiger Storm Blizzard Nice Ok, Nummer 1 Weiter geht's Hehehe Skali Skali Skali, Skali, Skali Wie viel waren das jetzt, Christen? Zehn Zehn Ach was, da haben wir noch einiges vor uns Und die Killacabudo ist echt nice Verkauft sich gut Hm Hm Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Naja, ne? Naja, ne? Nix kommt bestimmt auch gleich. Ich zeige euch an, du schaust packen. Also, ja. Aber ja, mehr als Orson. Er schiebt die Bombe nicht zu nah, ich höre die jetzt schon. Ja, ja, ja. Ach, da stehst du. Ja. Ich fahr dich um. Es bringt Glück. Obwohl, an dir komm ich nicht vorbei, oder? Oh. Aber wenn man sich das überlegt, insgesamt sind die Schlüssel ja ungefähr... 100 Euro wert, ne? So ungefähr. Der Killerkopf wurde jetzt schon wieder mehr wert als 100 Euro. Von daher... Ich soll ihn locker wieder für Paypal verkaufen. Oder ich vertrade ihn für Watts und kaufe mir... Genau. Mal schauen. Genau. Erstmal weiter auspacken. Naja. Die Hälfte haben wir gleich. 20 haben wir schon. 21. Ja, ich kann ja im Chat nachlesen. So. Ja, wahrscheinlich ist ja die Eise aufzuhören. Und der 10... Der 10. war der Kabuto. Und jetzt sind wir bei 21. 22. Ja. Ja. Oh, Mensch. Ach, langsam verliere ich den Überblick. Finde mal wieder ein Unusual, die sind besser zu merken. Okay. Ich bin der scheiß Bomber. Es ist richtig nervig, dass die Bomber jetzt neben mir steht. Warum hast du die um so weit her geschoben? Ja, gut. Dann lass ich sie ja zurückrollen. Ja, danke. Okay, nächste Backpackseite. Okay. Oh, Mensch. Das war meine Strähnensprache. Einmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Strähnensprache. Okay. Ah. Nein. Ach nein, ich wollte doch nicht schieben. Ich muss mit irgendwelchen lustigen Musik hinterm Meistern sehen. Wenn I takes it all. Ich bin doch schon froh, dass es auf jeden Fall gelohnt hat. Ja. Ich hab gerade einen Spray hingemacht. So, ich... ...bring dir mal ein bisschen Glück. Was? Ich bin doch gar nicht. Nur fünf Minuten mal, das beeil dich. Tch. Ja, ich mach so viel aus wie ich kann. Vielleicht hätten wir einen Chinesen anstellen sollen, der... Ne, okay, das kommt ja hier... ...ich darf ja keine Scheiße labern. Ist ja Video, ne? Hallo YouTube. Hey, hast nicht viel zu tun. Ich... Ich... Ich mag Chinesen. Leider kein Anjusch. Mit Fliegen wär der gar nicht. Wenn du den Baggerum in Fliegen find, der gehört dir. Auch nur der. Nur der. Nochmal? Nächster. Ich hab mich gerade verzettelt mit dem Boxen. Na egal. Immer wie schön. Bald haben wir's gestoppt. Ja, ich warte schon darauf, dass du fertig bist. Ja, wir sind da. Nächster. 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 Oder das Redensteilha? Locken mit dir, Doktor. Oh, du hast einen Schirm hier. Taking the same tape. Oh, du hast einen Schirm hier drin. Oh, du hast einen Schirm hier. Danach noch 4 3 3 Endsportschweig Zeig mir wenn du dabei bist die letzte zu eröffnen Oh ich rät das Ball ist Noch 2 Jetzt kommt die letzte Und das ist nur eine Anjusche geworden Ja er hat mich gekillt Nein Ich doch nicht Na warte Mission endet in 60 Sekunden Habe ich gut hinbekommen mit der Zeit Ja ja Ausrüsten rauskommen Ja bin ja schon Schönen Hütchen Schönen Hütchen Schönen Hütchen ne Schönen Hütchen Schönen Hütchen Schönen Hütchen Schönen Hütchen Das hast du die ganze Zeit drauf gestanden Ja Hab mir kein Glück gebraucht Mein Freund danach Ich will auch... Das dauert das Anweichen. Und zur Info, ich hab mir nicht alle Schlüsse gekauft. Habt ihr meistens mehr traded. Nochmal... Nochmal zum Fakt. Am Ende nicht, dass Leute denken, Ich hab mir Geld noch gegeben, der Junge hier. Ich hab's sowieso schon noch ausgegeben für das Spiel. Also, bye-bye.